So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind immer noch hier in München am Marienplatz. Hier gibt es so viel zu sehen und ihr kennt bestimmt die Tunga aus der Auf-die-Dicken-Tour 2018 und so weiter. Die sind ja immer in die Städte gegangen, haben geguckt, wo ist ein Platz zum Eintunken. Brunnen gesehen, reingetunkt, sonst was. Tunken ist Lifestyle. Tunga am Start, ihr wisst Bescheid. Und ich habe gehört, die Tungas sind auch hier in München unterwegs. Wir werden mal rüberschalten, denn wir haben zwei Tunga gesichtet und sagen nur, viel Spaß, ab dafür. Ihr kennt vielleicht Papunga und ihr kennt auch Ismo den Tunga. Und mittlerweile kennt ihr auch Ramses den Tunga. Und wir sind zurück in München am Marienplatz und jetzt werden wir wieder tunken. Ramses der Tunga on Tour und ihr könnt live dabei sein. So, da habt ihr es wieder gesehen. Die Tunga sind am Start, die Tunga auf Welttourne. Wenn es heiß ist, wenn ein Brunnen in der Nähe ist, dunkt euch eigen. Das ist voll wichtig. Wenn ihr dehydriert oder so, unterschätzt das nicht. Und bei den Temperaturen, Abkühlung muss sein. Brunnen in jeder Stadt. Und die Tunga haben Zuwachs bekommen, denn wir haben einen neuen gefunden. Guckt euch ihn an. Hannes der Zerstörer. Ganz neu bei den Tunga dabei. Da ist er am Start. Guckt euch an. Und Hannes will dunken, habe ich gehört. Deswegen zieht er sich gleich mal den Schlüpfer aus. Und ich gehe jetzt rein hier in die Plöre. Einmal ab. Jawohl. Die Tunga. Das ist ein echter Tunga. Und deswegen, egal wo ihr wohnt, egal wo ihr seid, ihr könnt dunken. Jeder darf dunken. Dunken ist völlig kostenlos und gut für die Gesundheit. Das war's von unserer Tunga Station. Ist wo? Was sagst du? Auch wieder am Start. Jetzt sind wir schon drei Tunga. Wenn ihr auch zur Tunga Gang gehören wollt, schreibt mal rein. In die Kommentare. Hashtag Tunga fertig oder Tunga Gang. Keine Ahnung. Sucht euch aus. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Romsus.